Hallöchen ihr Lieben zu einem kleinen Mini-Let's Play. Wir schauen uns mal das Horror-Game VHS Video Horror Story an. Ein Spiel, das entwickelt wurde von Piñata Man. Das ist eine kleine Gruppe, ja, besteht aus mehreren Mitgliedern. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Man konnte den Xbox 360 Controller anschließen und es ist auch empfohlen, mit diesem zu spielen. So, jetzt muss ich schon mal rein. Und das Spiel hat eine ziemlich coole Grundidee. Okay, wir können uns bewegen und uns umschauen. Oh Gott, okay. Und wir können die Frequenz ändern. Das ist das Besondere hier. Damit können wir andere Dinge wahrnehmen in unserer Umgebung. Oh Gott, ja, seht ihr es? Aha, okay. Damit verändert sich unsere Umgebung. Und das Problem ist, dass hier halt irgendwo auch Monster lauern und man sie wohl nur auf einer bestimmten Frequenz sehen kann. Ach, Moment. Vielleicht müssen wir auch hier nochmal das Plakat angucken. Nee, okay. Ich versuch mal... Ah, nee, dann kommen wir nicht vor... Doch, kommen wir. Oh, scheiße, ey. Ich wechsel mal kurz. Okay, aber momentan scheint sich da kein Monster zu befinden. Okay. Was steht hier? Hide Objects and reveal other things. Oh! Oh, wow. Okay. Nice. Okay, man wechselt immer zwischen diesen zwei Ebenen. Ich fürchte, die rote Welt ist auch irgendwie die nicht so nette. Jedenfalls ist hier doch alles ziemlich blutig. Vielleicht ist hier jetzt die Tür offen. Auf blau. Oh, ich... habe ein bisschen Angst. Okay, da ist es aber auch blutig. Ich habe mich getäuscht. Okay, Moment. Aha. Ein ziemlich voller Raum. Equipment steht rum. Oh, ah, nee. Ich dachte, da wäre was gewesen. Okay. Das sieht ganz gut aus. Wechseln wir mal. Oh, wieder rüber. Also. Scheiße, ey. Das ist echt ziemlich ätzend. Okay, die Tür geht nicht auf. Ist da irgendwas? Ich erkenne nichts. Ah, ich komme hier nicht weiter. Okay, wahrscheinlich laufe ich gerade gegen einen Stuhl. Okay. Dann müssen wir natürlich hier rüber. Und wieder zurück wechseln. Oh Gott. Ich schaue mal lieber. Aha, ganz viele Tische. Die Zettel können wir leider immer nicht lesen. Oh, ich höre echt unangenehme Geräusche. Okay, ich laufe mal so weiter. Da kommen wir offensichtlich nicht lang. Oh, verdammt. Okay, ich gehe mal da schnell rüber. Und jetzt schnell hier rüber. Oh, scheiße. Hoffentlich sieht er mich hier nicht. Wo muss ich denn jetzt lang laufen? Okay, ich kann nicht geradeaus durch. Ich muss rechts rum. Oh. 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 Oh, scheiße. Bitte, bitte, bitte sieh mich nicht. Oh, es hat geklappt. Schnell weiter. Oh, ich komme hier nicht weiter. Doch, ich komme hier weiter. Okay. Alles klar. Erstmal hier kurz rüber. Dass er mich nicht sieht. Ist hier sonst noch ein Viech? Nicht, dass mich gleich einer von hinten hier erwürgt, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ne, sieht gut aus. Okay, ich gehe erstmal hier weiter. Geht nicht auf. Scheiße, hier sind wieder Sachen im Weg. Oh, Mann. Okay. Erstmal drumherum laufen. Okay. Da ist ein Viech. Ich versuche mal einfach schnell durchzugehen. Okay, das sieht doch gut aus. Oh. Was habe ich hier? Hier durch. Okay. Okay, super. Oh Gott, so viele Tote. Und ich bin auch gleich einer davon, fürchte ich. Oh, oh, schnell. Lauf da lang. Ii, ii. Ii. Oh, okay. Er bemerkt mich gar nicht. Okay. Also hier komme ich jedenfalls nicht lang. Ich muss hier außen rum. Oh Gott, ey. Mal kurz schauen, ob hier noch mehr Viecher sind. Ich weiß nicht, ob das nur der da hinten ist. Nein, natürlich nicht. Die sehen immer aus, als würden sie total grinsen. Oh, scheiße. Jetzt kommt der ja gerade. Oder wo läuft der lang? Nee, der läuft da außen rum. Also da drumherum. Okay. Oh Gott. Da ist eine Tür. Geht nicht auf. Okay, ich muss mal kurz gucken, wo wir hier sind und wie wir hier weiterkommen. Alles klar. Shit. Ha! Okay, ich glaube, wir müssen hier rum. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich denke, wir müssen an diese Tür da nämlich ran. Oh Gott. Die sind überall. Ja! Oh, geil. Oh, geschafft. Hat ja fast eher ein bisschen mehr was von einem Puzzle-Spiel, finde ich, als von einem Horror-Game. Also. Nein. Nein. Ach so. Ach so. Nee. Bringt leider auch nichts. Hihi. Nein. Bitte, bitte nicht. Nein, 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 nein. Wie cool. Ein Problem wurde entdeckt. Windows wurde heruntergefahren, damit kein Schaden an meinem Computer zustande kommt. Ja, ja, ja. Das gehört ganz offensichtlich mit zum Spiel, denn hier unten stehen ja die Credits. Game Designer, Game Artists. Also, wie ihr seht, insgesamt haben sechs Personen an dem Spiel mitgewirkt. Und es war auch ursprünglich, wie man da unten rechts sieht, ein Beitrag zum Global Game Jam. Da musste man, glaube ich, in 48 Stunden ein Spiel entwickeln. Aber das hier ist die ein bisschen weiter ausgearbeitete Version. Da haben sie quasi nochmal ein bisschen was verbessert, ein bisschen länger gemacht, weiß ich nicht genau. Ich hatte die ursprüngliche Version ja nicht gespielt. Also, ich finde die Idee wirklich total genial von diesem Spiel, dass man zwischen diesen Frequenzen der Kamera wechseln kann und dann etwas anderes sieht. Und dass man auf der einen Seite halt diese blaue Welt hat, die blaue Frequenz. Und da sieht man dann die ganzen Hindernisse, um die man herumlaufen muss. Und auf der roten Frequenz aber die Gegner. Jetzt war das natürlich nur auf einer sehr, ja, grundlegenden Ebene gewesen. Quasi einfach mal, um dieses Gameplay auszutesten. Aber trotzdem fand ich es schon sehr spannend in dieser Version. Also, ich habe schon ganz schön geschwitzt, ne, wenn die Gegner in der Nähe waren. Und ich glaube, daraus könnte man auf jeden Fall noch was Größeres und noch viel Cooleres machen. Und ich hoffe, dass die Entwickler da einfach noch ein bisschen weiter dran arbeiten und vielleicht ein richtiges, ja, ein richtiges Bezahlspiel daraus machen. Also, ich wäre dazu bereit, wenn sie da noch ein bisschen was an der Grafik vielleicht machen und eine Story mit reinpacken. Wäre das mega cool. Na gut, ihr Lieben, dann danke ich euch, dass ihr dabei gewesen wart. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.